Keiner f*** meine Freundin! Das macht mich an, ey! Noch aggressiver! Noch aggressiver! Was bin ich? Was bin ich? Was bin ich? Hallo! Haltet alle mal die Schnauze! Ja! Ruhe jetzt! Hey! Was machst du für eine zweite Mal? Und das ist sein Geburtstag! Also erstmal alle! Happy Birthday to you! Happy Birthday to you! Happy Birthday, lieber Julius! Happy Birthday to you! Vielen Dank an alle! Hey! 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 Family Meeting! Family Meeting! Was tut das? Family Meeting! Ja, ich war das! Nein, das ist mir nicht unnötig! Nein, das ist mir nicht unnötig! Es ist mir nicht unnötig! Nein, das hat mein Freund beleidigt! Und keiner beleidigt! Nein und auch! Nein! Schön, dass du hier bist! Ich bin froh, dass du hier bist! Danke, dass du hier bist! Danke, dass du hier bist! Nein, nein! Schäme dich! Schäme dich! Ich schäme dich! Was hast du mit dem Kuchen gemacht? Ich habe den Kuchen weggeklatscht! Sorry! Ich bin so böse! Ich bin so böse! Oh mein Gott! Warum hast du das gemacht? Wie kann ich das tun? Wie nur? Scheiße! Ich schäme mich so nicht! Wir schämen uns! Wir schämen uns! Mach Family Meeting! Ich habe mit Kusshand Julius Geburtstag-Kramassel! Selbstverständlich! Wie kann ein Mensch solche moralischen Schwellen übertreten, um einfach nur kurz im Vordergrund zu stehen? Geil! Dafür stehe ich doch mit meinem Namen! Ja! Diese Sache war unnötig! Hätte ich niemals gemacht! Ein Kuchen umwerfen ist respektlos! Aber das war unnötig! Was ist so respektlos? Ich habe immer gesagt, blablabla, ich habe geschehen! Aber ich habe gesagt, aus Respekt macht man das! Das macht man nicht! Ich habe natürlich auch selber so mal ein bisschen gestichelt! Aber das, was Valentina gemacht hat, geht gar nicht! Mit dem Kuchen! Richtig eklige Aktion! Nach einem Family Meeting! Und ich schwöre, wir wählen die alle raus! Müssen wir! Müssen wir! Nein, müssen wir! Entweder wir oder sie! Das ist total respektlos! Das macht man nicht! Da hat man sich viel Mühe gegeben! Und wenn man das macht, na gut, sollte man wirklich auch rausgeschmissen werden!